Musik Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Obwohl die Tage langsam wieder länger werden, denken die meisten von Ihnen wahrscheinlich noch nicht an das Rasenmäher. Und trotzdem wäre es jetzt langsam Zeit, Ihrem Rasenmäher einen Fitnesskur zu verpassen. Der Frühling kommt zum Glück schneller als man denkt. In der Coop Do-It-Yourself, der Coop Baucenter oder aber auch direkt in der Coop Service-Stelle können Sie Ihren Rasenmäher von der Marke Garda oder Nestor abgeben. Die Serviceleute offerieren Ihnen dort je nach Wunsch einen kleinen oder grossen Service, schleifen und wuchten die Messer aus, stellen alles neu ein, fettet die Räder und machen zuletzt einen Probelauf. Auch diese Woche haben wir für Sie einen Beitrag zum Thema gesünder Essen vorbereitet. Es geht diesmal um falsche Vorurteile gegen sogenannte Dickmacher. Musik Ach, der Don Giovanni ist einfach super gesehen. Aber weisst du was? Jetzt habe ich einen riesen Hunger. Ich glaube, ich mache noch eine grosse Portion Spaghetti. Als Sauger mit vielen Sprints. Spaghetti? Nein, das geht nicht. Du weisst doch, Teigware mache dick. Das meinen viele, haben dabei aber unrecht. Spaghetti sind wie Brot auch keine Dickmacher. Du mit deiner Idealfigur kannst du das schon sagen. Teigwaren, auch Spaghetti enthalten reichlich Kohlenhydrate und sehr wenig oder gar kein Fett. Der Körper braucht jeden Tag eine grosse Portion Kohlenhydrate. Nur beim Fett muss man aufpassen. Also doch kein Spaghetti. Hä, mo moll. Die Spaghetti in viel Wasser al dente kochen. In der Zwischenzeit Knoblauch mit einem Kaffeelöffel Olivenöl. Einen Kaffeelöffel Olivenöl dünsten. Pilze mit dünsten. Die Bellati dazugeben. Würzen. Und ein paar Minuten einkochen. Dazu gibt es Prinz und für mich nochmal einen Tröpfel Olivenöl. Oh ja. Halt! Für mich Olivenöl. Für eine ausgewogene Küche, die flüssigen Öle massvoll verwenden. Beim Essen das Öl massvoll verwenden, hat es hier gerade geheissen. Auch beim Waschen kann man massvoll umgehen und weniger Wäschmittel einsetzen. Wenn in der Schweiz alle Leute ein Buntwäschmittel anstatt ein Vollwäschmittel einsetzen würden, könnten jedes Jahr mehr als 350 Eisenbahnwägenvoll Bleichmittel gespart werden. Wenn Sie aber etwas Weisses waschen müssen, ist Maga Plus die ideale Ergänzung zu jedem Bunt, Color oder flüssigen Ölschmittel. Dank speziellem Aktivator ist Maga Plus schon bei tiefen Temperaturen wirksam und darum auch zum Einweichen bei hartnäckigen Flecken wie Wein oder Obst bestens geeignet. Husten und Heiserkeit ist um diese Jahreszeit ja nichts Aussergewöhnliches. Bei Ricola hat man allerdings mehr als ein Kräutchen dagegen. Husten, Heiserkeit. Mit Ricola Kräuterzucker können Sie aufatmen. Ricola von Natur aus gut. Ricola mit einem Extrakt aus 13 heilsamen Kräutchen, die am Hals und am Rachen gut klingen, ist jetzt wieder überall bei Coop erhältlich. Mit einer konsequenter Preispolitik haben wir es letztes Jahr dafür gesorgt, dass Sie bei uns sparen konnten. Das Ziel werden wir auch dieses Jahr weiterverfolgen. Wie, das sehen Sie im nächsten Beitrag. Das schöne Buket zum Valentinstag offerieren wir Ihnen für nur 12,90 Euro. Und drei Packungen Käseküchchen von Goldstar kosten bei Coop nur 6,40 Euro. Das fix fertige Coop-Fondue gibt es für nur 6,50 Euro. Alle Napoliteigwaren kommen Sie jetzt 30 Euro günstiger rüber. Die Spaghetti zum Beispiel kostet nur noch 90 Euro. Ausserdem offerieren wir Ihnen diese Kinderjeans in verschiedenen Modellen für nur 19 Franken. Sie sehen, auch morgen lohnt sich ein Besuch bei Coop wieder ganz besonders. Verbinden Sie Ihre Einkäufe doch wieder einmal mit einem Abstecher in eines der Coop-Restaurants. Unter anderem erwarten Sie dort wie immer ein Menü unter 10 Franken. Es ist diese Woche eine Kalbsbratwurst mit Zibbelensauce, Rösti und einem gemischten Salat und kostet nur 7,90 Euro. Am nächsten Sonntag ist Valentinstag. Unsere Floristinnen haben für den besonderen Tag der Freundschaft vorgesorgt und erwarten Sie mit prächtigen Schnittblumen oder fertig gebundenen Strüssen. Mit diesem Hinweis möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017